Die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe aus, Gabi? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Hallo, Leute, und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Klein Lara. Geiler Spürblatt. Die Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Bist. Ach, jetzt. Die Bestien масkönn und doch die Stauber. Will es? Ja, mal Lostien! Ach, jetzt, dann. Wie geht's hacerурge vestigt. Du bist하세요! Aber du bist so entscheidender. Wo ist, hört. Das war's. Bullseiherausforderung abgeschlossen. Ja, schauen wir uns hier mal rum. Da habe ich vorher auch irgendetwas gesehen. Die leisse Königin. Eine kleine Spielfigur. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel aus, das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Die weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Ein Brief von Dad an Winston. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Ja, alles leer, was ich? Klopp, klopp, klopp. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Ein Schweincoach. Ein Familienfoto. Sie sieht glücklich aus. Genau wie Dad. Das ist nicht fair. Warum musste sie nur sterben? Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Der Boden gibt nah. Lara stürzt in die Dunkelheit. Der Boden gibt nah. Lara stürzt in die Dunkelheit. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Jööö. Frische Gräber. Der König mag keine Eindringlinge. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausendelang unberührt war. Oh tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache haltet ihr andere vom verbotenen Grab fern. Weine. Das war's für heute. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. Ja, scheißen Dreck. Ja, scheißen Dreck. Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelten sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Hm. Okay. 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 Yeah. Oh, okay. Okay. Das verbotene Grab ruft. Das verbotene Grab ruft. Die Abenteurerin darf nicht länger zaudern. Das verbotene Grab ruft. 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 Das verbotene Grab ruft.